In einer Stunde landen wir am Strand von Jangsari. Die anderen Matrossen? Die meisten sind von den Wellen fortgerissen worden. Können Sie mir sagen, wie Sie Ihre Truppen in Jangsari unterstützen wollen? Sie wollen Sie doch sicher nicht sich selbst überlassen. Die nordkoreanische Armee ist ausgerückt, um uns erneut anzugreifen. Arjun, gib auf Dich Acht. Wir sind die besten Soldaten hier, also haben wir eine Spezialmission bekommen. Vielleicht kriegen wir sogar einen Orden. Das sind Studenten, Soldaten. Wir haben kaum Ausbildung. Zehn Tage, manche noch weniger. Die jüngsten Soldaten gehen zuerst. Und los! Geht schon vor! Wir gehen zusammen nach Hause. Ich sorge dafür, dass die Welt vom Schicksal dieser Männer erfährt. Schließe nicht! Nicht schließen! Danke fürs Zuschauen! Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Die Welt 2018 Die Welt Die Welt Die Welt Die Welt